Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Seesle und zusammen mit meinen Eltern und mit meiner Schwester führen wir das Unternehmen Seesle Fußgesund GmbH. Wir haben insgesamt fünf Standorte und an diesen Standorten bieten wir an Einlagen, Maßschuhe, Bandagen und Kompressionen sowie Analysen. Und heute dreht sich alles rund ums Thema Kompressionsstrümpfe. Hallo, mein Name ist Silvia Weiß. Ich bin seit 27 Jahren in der Orthopädie-Schultechnik tätig und bin hauptsächlich für die Kompressionsstrümpfversorgung zuständig. Das Venenleiden ist eine meist unterschätzte, aber sehr häufige Volkskrankheit. Ein Venenleiden hat verschiedene Faktoren. Es tritt häufig auf, schon während der Schwangerschaft, wenn eine Bindegewebsschwäche vorhanden ist oder zum Beispiel auch auf langen Reisen oder wenn Sie einen Beruf haben, in dem Sie ganz lange stehen müssen oder lange sitzen müssen, ist ein Venenleiden vorprogrammiert. Kompressionsstrümpfe entlasten Ihre Beine wohltuend. Sie fördern die Durchblutung. Durch den leichten Druck, den der Strumpf auf Ihr Bein ausübt, wird die Durchblutung gefördert. Das Blut kann besser zum Herz zurückfließen. Wir vermessen Ihre Beine genau und suchen dann mit Ihnen zusammen den für Sie passenden Strumpf aus. Es gibt es in verschiedenen Längen, von Kniestrumpf, Oberschengelstrumpf oder als ganze Strumpfhose. Es gibt es in verschiedenen Mustern und in ganz vielen Farben. So können wir uns modisch ganz auf Ihren Geschmack einlassen. Egal ob zur Vorbeugung oder aus medizinischen Gründen, denken Sie daran, Ihre Beine haben viel zu tun. Unterstützen Sie sie mit der wohltuenden Kraft eines Kompressionsstrumpfes.